Heute beantworten die Studierende aus dem Studiengang Nachhaltige Verpackungstechnologie die Fragen, die ihr über Instagram gestellt habt. Was hat dich am Studium bisher am meisten beeindruckt? Also es gibt diesen Leitsatz, die beste Verpackung ist die, die man nicht braucht. Das stimmt so nicht. Das erfährt man sehr früh im Studium. Und das hat mich vor allem beeindruckt, weil ich da früher oft auch selber anders über Verpackungen oder über Konzepte gedacht habe, weil einfach das Hintergrundwissen nicht da war. Am Studium hat mich am meisten beeindruckt, das Programm, wie das aufgebaut ist und wie das gestellt ist. Ich bin erstaunt darüber, wie gut das funktioniert, dass man ein recht hybrides Modell hat mit Präsenzeinheiten und auch mit Online-Aufgaben, Hausübungen, die man zwischen den Präsenzeinheiten dann auch machen muss. Wie viel man in kurzer Zeit irgendwie lernen kann, beziehungsweise wie viel man sich auch selber beibringen muss. Und man muss sich deswegen auch seine Zeit sehr gut einteilen können, beziehungsweise muss man das lernen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.